die wahrscheinlich wichtigste funktion für euch im asqfnet ist die bestellung der tickets für die asqf days dazu navigieren wir in der siteliste hier zu tickets für asqf days und gelangen zu der startseite hier werden alle days aufgeführt wofür es zurzeit tickets gibt und wir haben um die info wie viel tickets ich pro event bestellen kann wenn ich also zur quality night nach münchen möchte anziehen drücke ich hier auf das auf dem button jetzt sichern und gelangen dann dort in das shop system der webseite wir sehen hier dass in den rechnungs details schon unsere daten vorausgefüllt drin sind da muss ich also nichts mehr machen und hier auf der anderen seite bei den teilnehmerangaben da bräuchten so nichts mehr machen das passt also alles das einzige ich kann hier den haken setzen dass ich mit der weitergabe meiner teilnehmerdaten einverstanden bin ansonsten habe ich hier eine null summe und ich muss natürlich noch die agbs bestätigen und dann drücke ich bestellung abschicken und das hat dann auch natürlich geklappt ich komme auf die thank you seite und sehe die bestell details nochmal sehe ich hier nochmal das produkt und wir schalten euch dann die bestellung frei und ihr bekommt dann das ticket an eure e mail adresse entsprechend zugesendet so einfach geht das